Überall dort, wo komfortable Zahlungsvorgänge, berührungslose Identifikation, Zugangskontrolle für hochsensible Bereiche und Waren bzw. Produktverfolgung gefragt sind, finden sich RFID-Komponenten von Feig Elektronik mit Sitz im mittelhessischen Weilburg. Hier wird Hochtechnologie mit über 220 Mitarbeitern produziert. Innovativ, verlässlich, qualitätsbewusst. Zur Sicherstellung einer gleichbleibend hohen Produktqualität verfügt das Unternehmen über eine eigene Absorberkammer für EMV-Tests, die höchsten Ansprüchen genügt. Nahezu 20% der Mitarbeiter arbeiten in den großzügigen Entwicklungsabteilungen in effizienter Teamarbeit. Die moderne Fertigung befindet sich in einem ESD-geschützten Bereich und bietet den Mitarbeitern eine ergonomische und ablaufoptimierte Gestaltung ihrer Arbeitsplätze. Jedes Produkt durchläuft, auch innerhalb der einzelnen Fertigungsschritte, umfangreiche Prüfungen. Die Assemblierung erfolgt mittels PC-Unterstützung. Ein Garant für die Nullfehlerproduktion als Vorgabe des Qualitätsmanagements. Diese Philosophie ist Voraussetzung für die anerkannt hohen Produktstandards, die Falk Elektronik seinen Kunden, Systemhäusern, Systemintegratoren und OEM-Partnern schon seit über 40 Jahren bietet. Kontaktlose Bezahlterminals für Automaten und Kiosksysteme. Sicher, robust und vandalismus-sicher, auch als kundenspezifische Varianten erhältlich. Berührungslose Zutrittskontrolle mit Hilfe von RFID als Standalone-Terminal bis hin zu vernetzten Systemen für mehrere tausend Nutzer. Einsatzort Logistik. Mit Transpondern versehene Güter können entlang der gesamten Supply Chain identifiziert werden. In Stromtankstellen integrierte Reader identifizieren sicher und komfortabel den Benutzer und ermöglichen das bargeldlose Tanken. RFID-Technologie in Bibliotheken erhöht den Komfort für die Benutzer und erspart Bibliothekaren lästige Routinearbeiten. Im medizinischen Bereich wird eine lückenlose Überwachung aller eingesetzten Geräte, deren Status und Verfügbarkeit ermöglicht. Modernste RFID-Schreib-Lesegeräte und Antennen für sicherheitsrelevante Anwendungen, wie die Nutzung des neuen Personalausweises, zur eindeutigen Identifikation in unterschiedlichen Applikationen. Wahrgeldloses Bezahlen, zum Beispiel mit GiroGo, am Kiosk oder beim Bäcker um die Ecke. Die Zukunft hat längst begonnen mit den Komponenten von Feig. Entwicklung, Qualität, zufriedene Kunden. Innovativ die Welt von morgen gestalten. Dafür bietet Feig Elektronik in allen drei Produktbereichen breite und an den Erfordernissen des Marktes orientierte Lösungen an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.